Hallo meine lieben Freunde, heute gibt es mal eine Ton-Challenge von mir. Die geht ungefähr so, dass ich so verschiedene Ton-Elemente habe. Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel die Brücke. Und die muss ich dann versuchen, fünf Minuten lang zu halten oder vielleicht sogar noch länger. Und wenn ihr auch so Ton- oder Tanzmädels seid, könnt ihr mal versuchen, die ganzen Sachen auch nachzumachen. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Und los geht's! Die erste Aufgabe ist, dass ich versuche, so lange wie möglich in der Brücke zu bleiben. Und nochmal vielen Dank an Jana, die mir einen Kommentar geschrieben hat und mich so auf diese Idee gebracht hat. Bis zum nächsten Mal. Boah Leute, das war so anstrengend. Ich habe bestimmt morgen Muskelkater. Aber naja, trotz allem Schmerz machen wir jetzt direkt weiter mit der nächsten Aufgabe. Nämlich muss ich versuchen, so lange wie möglich im Handstand zu bleiben. Okay, die Zeit läuft ab jetzt. Okay, das waren jetzt sechs Sekunden. Ich probiere nochmal. Okay, die Zeit läuft ab jetzt. Okay, die Zeit läuft ab jetzt. Nochmal. Die Zeit läuft gar nicht. Okay Leute, die Zeit läuft ab jetzt. Okay, das war jetzt nichts. Das waren jetzt nur sechs Sekunden. Ich probiere jetzt einfach nochmal. Das war auch nichts. Gerade klappt es nicht so. Ich probiere jetzt einfach ab noch einmal. Okay, ich probiere jetzt einfach nochmal. Das klappt gerade nicht so. Aber noch ein nächster Versuch. Warum klappt das jetzt nicht mehr? Nochmal. Also das mit Laufen, das klappt schon mal nicht. Probieren wir nochmal. Mann. Okay, ich versuche es jetzt nochmal. Zeit läuft ab jetzt. Ich wollte das ausprobieren, aber es hat nicht so geklappt. Probieren wir nochmal. Yay, zwei Sekunden. Aber wir laufen. Als nächster Challenge versuche ich, so viele TikToks wie möglich zu machen. Und wenn ich so genau weiß, was TikToks überhaupt sind, zieht es jetzt. Und dann geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe mir überlegt, für die letzte Challenge, dass ich versuche, in einer Minute so viele Bogengänge wie möglich zu schaffen. Alexa, setze Timer auf eine Minute. Eine Minute, ab jetzt. Eine Minute. Eine Minute. Alexa, stopp. So Leute, das war es auch schon mit meinem Video. War wirklich mega anstrengend. Gebt dem Video auch gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ihr könnt natürlich auch super gerne ein Abo da lassen. Und dann möchte ich auch schon sagen, tschüss.